Die Bar Kann ich es wieder auf eine Englische Tradition sagen? Englisch Televisional, aber du kennst du Englisch? Es ist das gleiche, was du an mir gesagt hast. Ja, in dem Moment gibt es zwei Dinge, die ich möchte sagen. Die erste ist, wir sind glücklich, dass wir wieder in Freiheit sind. Und die zweite ist, dass wir vollständig in die Freiheit der Justiz der Italien. Und die Jews kommen, und wir sind ziemlich sicher, dass nichts bleibt, dass die schlechte Bildung, die einige Menschen haben, von Kapanamur oder sogar meine persönlichen Aktivitäten. Es gab nichts kriminelles, und wir können es tun. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.